Das ist die Runde jetzt, oder? Okay, das ist die Runde um 500 Euro. Oh mein Gott, scheiße, Digga. Dabei ist der Sweezy. Was geht, Leute? Nicht wundern, dass das Ganze auch als Livestream da ist und als Video für die späteren YouTube-Zuschauer, denn wir wollen den ganzen Leuten, die Zuschauer beweisen, dass der ganze Shit hier real ist. Wir werden uns ein paar Runden einspielen und danach machen wir eine einzige Runde Kill-Duell. Das gab's, glaube ich, noch nie. Normalerweise macht man immer Best of 3. Und Sweezy ist kein schlechter Spieler, Leute. Und der Gewinner bekommt vom Verlierer 500 Euro zugesteckt. Und ich glaube, das ist die angespannteste Runde, die ich jemals spielen werde. Das Lustige ist, das Ganze ist on-stream, weil, sollte ich gewinnen, muss der gute Sweezy mir das Geld per Donation zukommen lassen. Sollte aber er gewinnen, muss ich ihm natürlich live im Stream mit Paypal das Ganze rüberschieben. Und da habe ich auf jeden Fall gar keinen Bock drauf. So, und wir machen das Ganze jetzt ohne Ankündigungsvideo oder so, damit es jetzt hier nur ein paar Live-Zuschauer gibt, die wissen, dass es hier Real Talk ist, dass dann am Ende die Donation kommt oder auch meine Überweisung, was ich natürlich nicht hoffe. So, Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen. Versuch erst mal so ein bisschen so, dass wir uns einspielen können, weil wir haben beide noch, also du hast schon gespielt, ne? Ein, zwei Runden. Ah, belastend, belastend. TDM oder Herrschaft? Zum Einspielen mache ich TDM. Aber Kill-Duell machen wir schon Herrschaft, oder? Ja, können wir machen. Wenn wir nur eine Runde machen, dann müssen wir eigentlich schon Herrschaft machen. Wir spielen uns jetzt erst mal ein und dann machen wir eine Runde. Wir werden vorher sagen, wann die Runde losgeht. Ich würde sagen, wir suchen dann schon eine Lobby, die einigermaßen okay ist, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich habe keinen Bock, negativ zu gehen. Ja, das wäre natürlich ein bisschen Scheiße im Kill-Duell. Na, Dominic, wir machen jetzt echt nur zu zweit. Schon wird auch nicht der längste Stream, weil wir jetzt dieses Kill-Duell halt eben machen. Ja, wahrscheinlich Scraps. Aber Raptor, wir spielen die Tage auf jeden Fall. Ich bin erst mal in Hamburg jetzt zwei, drei Days. Na, Sweezy ist sich ganz schön sicher, obwohl er Level 32 ist. Macht mir ein bisschen Angst, der Kollege, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist mein zweiter Count. Ja, aber wahrscheinlich ein anderes Prestigemaster, oder? Ja, ja. Ja, ja. Da finde ich keinen guten Lobby, weil deswegen... Ah, natürlich. Ich weiß noch gar nicht, welche Waffe... Ich muss eigentlich spielen. Doch, ich werde auf jeden Fall mit der Titan heute spielen, Digga. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Um 500 Euro kann ich es nicht anbrennen lassen, Digga. Das ist auch... Sollte jedem Bewusstsein, denke ich. Ich wusste, du streamst, ich bin extra nicht zur Nachhilfe gegangen. Sauber, Leon, Mann. Ja, ich hoffe, du bringst die Schule auch noch ab. Oh, Mann, ey. Hashtag gutes Vorbild. Also, Leute, jetzt geht es noch nicht. Also, für alle, die vielleicht fragen, jetzt geht es noch nicht um die 500. Das wird eine runde Herrschaft sein. Digga, ich habe gestern halt den ganzen Stream keine Titan gespielt, Digga. Ich weiß gar nicht mehr, wie sich das anfühlt. Nichts her, oder was? Ja, gestern im Stream habe ich Waffen auf Gold gespielt, Digga. Ich war wirklich ganz kurz vor einem Herzinfarkt, Digga. Ich meine es ernst, Digga. Wirklich. Also, wirklich ganz, ganz knapp davor. Kannst du jetzt ja gleich auch weitermachen, Digga. Da hast du auch kein Problem mit. Wahrscheinlich mache ich während des Kill-Duelc Waffen aufgehalten, oder? Ohne Aussätze. Ne, ne, Digga, auf keinen Fall. Digga, was macht's mir, ob die fehlt noch? Die Snipe, oder nicht? Oh, 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 oh. Ja, Digga, let's go, this beast. Ey, nicht Turn-On geben. Oh Gott, der war kurz davor, mir Turn-On zu geben. Ich glaube, auch, das müsste der letzte Titan-Tag heute sein. Ich glaube, danach wird die genervt. Ich glaube, lange wird es dieses Ding nicht mehr geben. Oh Gott. Schade. Digga, die Gegner zerstören sofort Drohnen. Was dann auch eigentlich direkt Herrscher sucht, mega scheiß auf Einspielen Ja, warte, mir läuft Einspielen aber gar nicht so schlecht Ja, okay, ich bin, ich glaube, heute ist auch so ein Tag, da muss ich mich nicht so ultra einspielen Okay, dann lass uns so ein, zwei Röntgen spielen, dann können wir von mir aus direkt starten, Alter Mir läuft das Einspielen nicht schlecht Ist ganz okay Oh, jetzt habe ich aber, oh Gott, oh mein Gott, der ist zum Glück reingesprungen, Mensch Ich habe komplett veräumt gerade, ach du Heilige Ey, wenn ich gleich so spiele, dann, ey, fuck, Mann Bro, ich werde langsam aufgeregt Das fuck mich gerade am meisten ab Aber Leute, weil halt früher, bei diesen Videos, habe ich ja mit Sweezy schon mal gemacht Da ging auch alles mit dem rechten Ding zu, da haben die Leute es nur halt eben nicht geglaubt, weil es nicht onstream war Und deswegen machen wir es halt onstream Okay, dann habe ich Oh Gott, hallo Oh, Digga, ich glaube, du kannst mich nicht schlagen, Digga, so wie ich gerade spiele, ich meine es ernst Oh, jetzt fährt wieder meine Scheiße hier hoch, Mann Ich kann mir bei mir zu Hause nicht aussuchen, wann meine Rollons runterfahren Ich darf nicht, Digga Jetzt fährt, jetzt fahren die wieder hoch Ja, ich zahle zu wenig Miet, das ist auch so Da ist die Palme umgefallen, sehr gut Nice, man kann, schön Seht ihr, es fährt einfach hoch, ich kann nichts machen Also jetzt in dieser Runde bin ich mit drei Kills vorne, aber das zählt ja noch nicht Nur für deine Psyche mal, damit du das weißt, Digga Ja, alles gut Ja, TDM ist nicht so mein Modus Ah Du bist eher das Herrschafts-Biest Also macht mir eher ein bisschen Angst, dass du so viele Kills hast, weil ich eigentlich fast perfekt spiele Und du trotzdem so nah dran bist, Digga Nein, Mann, lächerlich Du spielst wahrscheinlich auch keine Titan, oder? Ne, ne, ich spiele ECR Danke für deinen Sub, Digga Er hat sich doch, also er hat sich doch quasi jetzt schon gezeigt Oh Gott Oh Gott Also Leute, ich will nicht angeben, aber diese Runde Was mache ich mit denen? Was habe ich mit denen gemacht, Alter? Ohne Scheiß jetzt Aber ein Unentschieden hier Unentschieden? Echt jetzt? Ja, ja Fuck, Digga Ey, das haben wir gar nicht gedacht Mit Ikea, Digga Das ist ja endsbelastend Ach, stimmt, Digga Guck mal hier, das war die letzte Szene sogar Aber ein bisschen verämmt am letzten Was ist ne Ikea? Also Ikea ist eigentlich Enemies Killed in Action Das ist halt einfach Du kriegst ja jetzt mittlerweile nicht nur ein Kill für den Kill Sondern auch wenn du einen Assist machst, der über 75 Schaden, glaube ich, macht Digga, wenn du jetzt schon bereit bist, dann bin ich auch bereit Ja, ich bin bereit Ja, dann such Herrschaft Okay, aber wir machen das jetzt so, Leute Wir suchen jetzt eine vernünftige Lobby Damit wir ein cooles Kill-Dual schaffen Weil wenn wir beide 26 zu 37 gehen, dann bockt es für niemanden Mir ist echt belastend Was ist dein Kill-Rekord? Oh mein Gott, als ob wir so ne Lobby finden Mach mal Okay, hast die Ender Ja, okay Ich bin halt low level, Digga Deswegen Ich bin immer so Ähm Darfst du dich schon mit 13 wetten? Ey, warte mal, Digga Du hast aber nicht heute Geburtstag, oder? Nein, gestern Du hast gestern? Oh mein Gott, Digga Alles gut nachträglich Oh mein Gott Oh mein Gott, ich hab so gechockt Oh mein Gott Live im Stream, Digga Alles gut, Digga Schreibt mal bitte in den Channel Alles Gute nachträglich Heftig, Digga Oh mein Gott Ich hab komplett gechockt Ja Wir können uns mal die Teamaufteilung anschauen Wir wissen ja eh, dass wir die absoluten Triads da ins Gegnerteam bekommen Zu deinem Geburtstag Hol ich dir jetzt 500 Euro aus der Tasche Ist doch geiler Deal, Digga Das freut mich Das ist mein Geburtstagsgeschenk Ja, Digga Wir haben jetzt natürlich Dieser Dieser Weed und dieser Magic Sind jetzt im Gegnerteam Du musst aber jetzt entscheiden Spielen oder raus? Aber dieser Magic ist nicht mehr hohes Wir sind nur drei im Team Wollen wir spielen? Komm, wir spielen Komm, wir spielen Das ist die Runde jetzt, oder? Okay, das ist die Runde um 500 Euro Oh mein Gott, scheiße, Digga Ich hab nur Drohnen dabei, ne? Hast du auch nur noch einen Liefel? Ja, ich hab Drohne-Kontakt Keine Sache Okay, Gott sei Dank, Digga Ich dachte schon, er packt jetzt hier Oh mein Gott, den ersten Mal hab ich schon mal so gebumst, Digga Specialisten dürfen, ja Digga, mein Puls ist so hochgegangen Scheiße, Digga Digga, ich seh keine Gegner Ja, Specialist darf man Ich hab aber keine Kill Ich hab ein Ding in Special Oh mein Gott, schöner Stil Let's go, Digga Aber wobei, du kriegst den Kill ja auch im Scoreboard Oh mein Gott, man kann so Killsteilen jetzt, ne? Ja, das war ja nicht so krass Oh mein Gott, man kann jetzt so Killsteilen Ich muss eigentlich nur bei Sweezy bleiben, die ganze Zeit traden Ja, das wäre korrekt Ey, Digga, fuck, ich weiß grad nicht, wie ich laufen soll, ne? Ich auch nicht, ich hab keine Ahnung, man Okay, einer ist da Oh mein Gott, Digga, warte Schnell, 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 schnell Lauf, 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 lauf Nein Der ist aber so schlecht, Digga Der ist so ein Bot Okay, jetzt wir nehmen C-Flagge Einer ist sogar gut Ich find das neil Ich feier's Oh Gott, da oben ist einer Bitte seh mich jetzt nicht Ganz ruhig, Marcel Das ist dein Kill Wo ist der? Wie ist der abgehauen? Wo ist der hin? Komm her, komm her, komm her Wo war der hin? Warte, ich kann jetzt gar nicht in den Chat gucken Das wird jetzt gar nicht gehen Nein, Mann, ich sterbe Ruhig bleiben, ruhig bleiben Digga, ich bin so gefettschengert vom Stick grad Nein, tot Komm, Marcel Lauf, 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 lauf Digga, man muss halt mit der fetten Titan so weit rennen Ja, ja, ich weiß Man kann aber, glaub ich, gut spawnchappen hier Ja, Digga, man kann Zweite Halbzeit werden wir sowieso nur noch spawnchappen Hoff ich Ja, Digga, meine Hände sind so nass Es ist unglaublich Ja, meine sind auch noch kalt Das ist ein Taktikentstieg Verstehre ich aber Oh Gott, Digga, will er mich anschießt? Will er mich verarschen? Hab ihn schon, keine Sorge Danke Hört, einer ist hier Ja, hinter mir Von wo? Ja, Digga, der ist von oben runtergesprungen Nein, nicht, 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 nicht Okay, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig Pre-Aim, pre-Aim, pre-Aim Da ist einer Da ist einer So weit laufen Oh Gott, wie ich ver-Aime, weil ich so fucking nervös bin, Digga Wie peinlich Den hab ich auch Komm Nein Nein Ey, ich mach keine Kills, Mann Boah, ey, Leute, wenn ihr wüsstet, wie scheiße Ey, ich hab ihn nicht sterben lassen, Scraps, Digga Ich konnte nix machen Ja, ja Ich schwör, ich hab ihn nicht sterben lassen So ein unehren Mann bin ich nicht Oh, ich hätt dich so sterben lassen, Digga Wenn ihr seht Was ist los? Ey, Digga, ich muss Meine Hände sind so nass, Digga Es ist so eklig, dieses Gefühl Let's go Hamburg Korrekt Let's go Aber warte, ich guck bis zum Ende nicht auf Scoreboard Ich guck bis zum Ende nicht auf Scoreboard Nein, ich sterbe, Mann Nein, ich kann ja gucken Du hast halt weniger Tode, Mann Da muss ich aufpassen Unentschieden werden so belastend Ich hätt geheult Nein, Digga, oh mein Gott, Digga Wir haben aber wirklich ne gute Lobby erwischt Und wir haben das erste Mal gesucht Heute live zu mir Seit der Zeuge Wir haben das erste Okay, ganz ruhig bleiben Was denn? Sauber Big, 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 big Was? Er stirbt nicht Okay, komm Ich war so lange nicht mehr so im Zockerwuckel Digga, was machst du mit deiner Nate, Digga? Mein Headset ist aus Mein scheiß Kabel ist rausgeflogen, Mann Digga, was war das, Digga? Toll gleich Ich mach keine Kill Digga, ich komm nicht in den Spawn rein, Digga Weil ich immer dann geholt werde, wenn ich ein, zwei hole Aber einer chillt da hinten auch die ganze Zeit Ganz hinten im Spawn? Ja, ich guck jetzt mal nach Ja, er ist immer noch da Okay, den hab ich Ich weiß nicht, ob die jetzt hier spawnen oder nicht Das kann ich nicht einschätzen Weil wir in der ersten Halbzeit sind Ja, ich glaub, die sind drüben Als ob, Digga Das kann nicht sein Wieso haben die die Halbzeiten so gemacht? Auf B ist einer, den hab ich Oh Wie hier die Spawn ist bei A Wie hier die Spawn ist bei A Ich lauf jetzt ganz zurück Ja, auf A, Digga Ich bin aber tot, Digga Ey, was ist denn das? Drohne Da kannst du dir aber erstmal keine neuen Balance-Jagerschuhe holen Das wird echt belastend, Digga Leute, die Spawn hier nicht mal Was ist das? Jetzt komm Endlich mal Da auch noch einer Ey, ich veraime so heftig, Digga Weil meine fucking Daumen so kalt sind Jetzt guck mal Wo spawnen die jetzt? Spawnen die jetzt hier in der Tiefgarage Wo die Mutter am Schrauben ist Unterm Auto oder was, Digga Ey, Digga, ich check's nicht Ja, T-Mail klaut mir beide Danke dafür Bleib ruhig, Marcel, jetzt Bleib jetzt ruhig Auf C sind die Komm, das ist dein Kill, Marcel Let's fucking go, man Nein, noch einer hinter mir Nicht halten Stirb doch mal da hinten ein bisschen Mein Gott, ja Wie viele hinten sind denn da hinten? Wie viele hinten sind denn da hinten? Ja, Digga, mal das packt Ja, und sterbe, Digga Ich quitt Neue Runde Ich hab 10er Streak Ja, wenn du einen Nuke machst, Digga Dann hör ich auf mit T-D Nein, Digga, ich wusste einer zu viel, Mann Komm schon Aber wir spawnen hier direkt wieder Digga, ich hab seit 10 Minuten wirklich keinen Kill gemacht, Digga Seit 10 Minuten Mein Gott, Digga Ich guck auch zur Halbzeit nicht aufs Torwart Ich guck jetzt nicht aufs Torwart Ich guck nicht aufs Torwart Sascha, danke für den Zap Ich fiel mit 17 Kills Digga, ich hab so Aber ich hab wirklich gut gespielt Ich hab wirklich gut gespielt Die Halbzeit Ja, mein Handy sind auch so nass und kalt Und ekelhaft und alles, Mann Digga, jetzt die Halbzeit sind so wichtig Ja, das ist jetzt eh Die erste Halbzeit sind eh nur Warm-Up, Digga Die zweite, da geht es jetzt darum, die Kills zu machen Und einer stirbt, Digga Ich hoffe, irgendein Teammate nimmt A ein Digga, als ob... Okay, einer macht das Ein Ehrenmann, Digga Er schaut auch grad zu So, jetzt kommen wir her, zeig dich Mann, ich bin so dumm, dass ich gestorben bin Am Ende der Halbzeit Das ist so dumm gewesen Digga, Minjuku echt too much gewesen Die laufen oben, Mann Ich weiß nicht, ob man B einnehmen muss oder wann, Digga Ich check das immer nicht Das muss Verlachs hier mal für mich berechnen Ja Hat er mich gesehen? Ey, ich sterbe die ganze Zeit Ich choke gerade übel Ich brauch meine neuen Spur, Digga Oh, Digga Ich war eben auch so heftig, Digga Meine Hände sind so kalt Man wird komplett anders spielen, wäre es jetzt hier nicht so wichtig, Mann Wir sind gechillt Ja, Digga Hat er dich? Ich sterbe die ganze Zeit, ich dumm Schneid's bei euch auch, bei mir schneid's nicht Nee, bei mir auch nicht Digga, diese Runde Aber ich glaube, also wenn ich nicht führe, dann weiß ich nicht Ich habe wirklich gut gespielt, Alter Ja, ich weiß nicht, Digga Ich sehe keine Gegner, Digga Ich weiß nicht, wo sie sind Oh, nein, Digga Dieser Warnschuss war so unnötig Okay, cool bleiben Das ist jetzt eigentlich dumm, was ich mache Dreh dich um, Marcel Guck lieber da Ja Da ist einer Komm, lauf rein Jawohl, danke Oh, das ist so eine Runde, da läuft's einfach, Digga Da läuft's Läuft's super Oh, bitte nicht Mann, Digga Und dann ist auch immer mein Doppel-EP abgelaufen Ich habe so ein Pech, Mann Spaß Oh, shit No Das waren immer noch da hinten Ja, Digga, das ist ja das Ding Zweiter Halbtät, die werden für den Rest unseres Lebens da hinten spawnen Die bewegen sich aber nicht raus, Mann Und meine T-Mails klauen hier alle Ich versuche, mich hier mal reinzusneaken Das ist wahrscheinlich das dümmste, was man machen kann, was ich gerade mache Let's go Oh, nein, Digga Ich sehe die Kills im Killfeed Oh, ja, das war ein schöner Spawn Nein Noch einer hinter mir Oh, Gott, Leute Oh, nein, Digga Guck mal, Leute Er ist die ganze Zeit im Spawn Let's go Ich komme nicht, Mann Ja, okay, er ist tot Ich muss mich jetzt konzentriert Ich muss mich jetzt konzentriert, Marcel Ich hau extra keinen Orbi raus Wahrscheinlich, oder? Orbi wahrscheinlich Ja, ich weiß, ich wollte dich jetzt nicht verarscht Mann, nein Nein Das Ding ist jetzt zum Beispiel Okay, gut, ein teammate nimmt jetzt B ein Ich wollte es gerade sagen Das war echt, Digga Niemals nehme ich B ein Das glaubst du selber nicht Ja, ich weiß Ich weiß, ich würde es auch nicht machen, Digga Wir haben keine Zeit für die Scheiße Heli wahrscheinlich von Oh, Gott Ich werde auseinander geben Digga, wir müssen jetzt nachher sein B einnehmen, ne? Ich gehe jetzt B einnehmen, glaube ich Ja, ich glaube, das Spiel endet sonst, oder? Ich weiß es nicht Ich auch nicht Dann lass zusammen Ja, lass zusammen Das ist fair Das ist fair play Ich hoffe, du bist gesniped Hey Wir müssen leben noch Das ist unser Okay, nice Okay, nice Hier ist, glaube ich, noch einer Wo ist er? Jo, Digga, er holt mich wahrscheinlich fast Wo sind die denn? Sind die alle im Haus? Lächerlich, wenn du mich jetzt holst, heul ich Digga, meine Hände sind so eisgefrorene Scheißzapfen, Mann Eisgefrorene Scheißzapfen, Unwort des Jahres Komm Marcel, konzentrier dich Nein Nein Jawoll Er geht so auf Turn-On, er geht so auf Ehre nehmen Nein Nicht nur einer, da sind zwei Tryhards reingekommen Ich kann sie nur nicht im Scoreboard anschauen Nein Digga, ich kann grad nichts machen Ich versuch nur nicht Nein Jawoll, ich hab ihn noch bekommen, den Kill Oh, die Tryhards, Digga Ja, da sind echt Tryhards drin Let's go Halt's Maul, Digga Let's go Lauf hoch, Bruder Lauf hoch, komm, ich warte hier auf dich Digga, was war das für ein Tor? Ich krieg keine Luft mehr Komm, let's go Nein, der Letzte holt mich Der Letzte Ich muss wieder in Spawn kommen Ich komm nicht in den scheiß Spawn Das ist doch gut, so, weiter so Ich vereime Ich vereime einfach Und er holt mich Ich lauf wie so ein Idiot Digga, ich hab die erste Halbzeit so gut gespielt Als ob es jetzt nicht reicht mit der zweiten Naja Ich stolper mich nicht, ich könnte heulen Schöne Abend Haben die Gegner Heli, oder? Ich weiß nicht Nee, ist glaub ich unser Digga, man kann nicht so verkacken wie ich jetzt die zweite Halbzeit Ich seh keine Gegner Ich hab die zweite Halbzeit echt gut noch aufgeholt Ich mach keine Kills mehr Ich glaub meinem linken Auge platzt grad ne Ader, ich hab noch nie so Schmerzen gehabt Oh, das war wichtig, das war wichtig Nein, der Tryhard holt mich Krypto Digga Oh mein Gott, ich hab ihn so gebumst Oh mein Gott, ich hab ihm so die Ehre genommen Marcel, konzentrier dich Und ich bin hinten im Spawn bei uns Digga Lauf Dennis, lauf, 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 bitte Oh Gott Digga Ich hab Nein Das ist meiner Das ist aber meiner, bitte komm schon Nein, ich, das war's Digga, ich mach keinen Kill mehr Ja, wir kommen schon Ja Mann Digga, mit vier Kills, oh mein Gott Digga Mit vier fucking Kills Ja Digga Alter, ich dachte nach der zweiten Halbzeit kann ich's niemals schaffen, ne Ey, ich hab's so krass aufgeholt Ich war auch kurz vorne mit fünf, sechs Kills Digga Aber dann hab ich keine Kills mehr gemacht, Mann Oh mein Gott, Leute Du hast die erste Halbzeit echt perfekt gespielt, Digga Die erste Halbzeit, hast du geguckt? Ich hab ja nicht geguckt, wie war's nach der ersten Halbzeit? Wie stand's da? Ich glaub du hast sechs, sieben Kills Vorsprung oder so Oder sogar neun fast, keine Ahnung Aber echt mit nem guten Vorsprung Let's go Mann Digga Ich, ich wartet auf so'n ganz gewissen Sound grad Ich warte, ne, ne Ich glaub da warte ich grad auf so'n ganz speziellen Sound Warte, bitte im Chat mal zeigen Auf welchen Sound könnte ich denn grad eventuell warten Du weißt, wo der Link ist Oder muss nochmal jemand ausrufezeigen Spenden in den Chat-Hound Ist schon raus Digga Ist schon, okay, warte Ey Mann BUUUUUUUM Digga Da Hahahaha So Ich halt Digga Ist was lustig ist der Zufall, Leute Er war zufällig online Er war ein paar Tage nicht online Ich join ihn in die Party Schreib ja, lass Discord gehen Dann haben wir ihn jetzt einfach ums Kill-Duell Verabredet, Digga Und jetzt einfach das, Digga Ich glaub, das wird so easy win, Mann Aber jetzt war Leute in den Chat Erstmal alle Hashtag Ehren-Sweezy Weil er wirklich gezahlt hat Ihr habt's grad gesehen Und beim YouTube-Video, Leute Für diese Ehren-Mann-Aktion Geht mal auf Swedish-Kanal vorbei Und checkt da mal ab, Freunde Das kann ja wohl nicht wahr sein, sonst Digga Aber das ist auf jeden Fall Da bist du jetzt die höchste Einzel-Donation Die ich je bekommen hab, Digga Gratuliere dir dazu Ach, das freut mich doch, Digga Das wollte ich schon immer sein, wirklich Das wollte ich schon immer sein Und gezwungen auch noch Das besser geht gar nicht Oh, scheiße Okay, Chris15HD Danke für den Twitch-Prime-Sub Herzlich willkommen Ach, das war herrlich, Leute Das war auf jeden Fall Das war eine herrliche, herrliche Zeit Das war es Das war eine herrliche Zeit